Egal, was glaubt ihr, du warst Jay und das ist Daria und zusammen sind wir Legion Daria Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Film Geek! Als dieses Jahr der Film Onward in den Kinos erschien, hätte der Zeitpunkt nicht unpassender sein können. Im März 2020 hatten die Menschen nämlich wichtigere Dinge zu tun, als sich im Kino zu entspannen und kurz Zeit darauf konnte man nicht mal das Kino besuchen. In dem Film, dem unter anderem Tom Holland und Chris Pratt ihre Stimmen verleihen, geht es um zwei Brüder, die sich auf der Suche nach einem Edelstein machen, der ihnen ermöglicht, im Optimalfall einen Tag mit ihrem bereits verstorbenen Vater zu verbringen. Ihr solltet aber nicht Onward mit Homeward verwechseln und Homeward nicht mit Homework. Genau. Auch ein Film, in dem sich zwei Brüder auf gemeinsamen Abenteuer machen. Und ich meine, den IMDb-Reviews zufolge scheint es sich hierbei um ein richtiges Prachtstück zu handeln. Ich meine, Tom Green spielt mit. Ja, Schauspieler Tom Green? Er macht manchmal bei Filmen mit? Ja, okay. Wollen wir loslegen? Ja. Okay. Ähnlich wie bei Onward handelt es sich auch hier um einen animierten Film. Auch wenn dieser Film so aussieht, als wäre er vor 20 Jahren erschienen und nicht in 2020. Irgendwie erinnert mich die Animationen an die Grafik von CD-ROMs, die ich als Kind gespielt habe. Oh, was haben wir denn da? Das zentrale Symbol des Filmes. Ein Edelstein. Ja, ganz zufällig sind die Gebrüder Lightfoot in Onward auch auf der Suche nach einem Edelstein. Ja, ich habe so ein leichtes Gefühl, dass es nicht die letzte Gemeinsamkeit sein wird. Bevor man sich jedoch versehen und überhaupt verstehen kann, was in diesem Film passiert, sehen wir, wie diese kleinen Kreaturen, Elfs genannt, auf die megagroßen Kreaturen, Orcs genannt, hinzurennen. Während einer von ihnen wie ein Tischtennisball durch die Gegend geschmettert wird, beträufeln sich ein paar andere mit irgendeinem magischen Staub und beginnen dann zu fliegen. Bei den Orcs scheint der Staub aber nur eine Reduzierung der Hirnaktivität auszulösen. Dann wird der Edelstein in zwei Teile zerschlagen und die ganzen Riesen schrumpfen. Und dann beginnt der Film erst. Das war, wie es scheint, nämlich einfach nur eine Geschichtsstunde. Am selben Platz, wo dieses Battle stattgefunden hat, steht nun eine Highschool. Ähnlich wie in Onward scheint das Magische und Mystische durch die Entwicklung der Gesellschaft nicht mehr ganz so im Vordergrund zu stehen. Auf den ersten Blick scheint alles relativ normal und schlecht animiert. Und dort gehen die Gebrüder Loyal und Barl Lightspinner zur Schule. Wirklich? Aus Ian und Barly Lightfoot in Onward wurden Loyal und Barl Lightspinner in Homeward? Aus Ändere die Hausaufgabe ein bisschen ab, damit der Lehrer es nicht checkt, wurde irgendwie nichts. Naja, wenn ich die Story richtig verstehe, dann ist Barl anscheinend ein richtiger Prankstar und sein Bruder Loyal hat davon so hardcore die Nase voll, dass er sich nachts einen Plan ausdenkt, um ihn loszuwerden. Wie krass muss Barl übertreiben, damit sein eigener Bruder sich mitten in der Nacht denkt, okay, der Typ muss weg. Okay, also damit ihr versteht, Barl ist ein Ork und Loyal ist ein Elf. Beide sind Brüder und schon hier wird es schwierig für mich, weil ich dachte, es wären doch zwei unterschiedliche Spezies. Weil Loyal aber wirklich keinen Bock mehr hat und seine Graduation in zwei Tagen ansteht, die ihm nicht ruiniert werden soll, denkt er sich, ist doch völlig klar, Barl ist ein Ork. Also muss er nach New Ork City, für zwei Tage zumindest. Sein eigener Bruder schiebt ihn eigenhändig, ohne Gepäck oder sonstiges, unter dem Vorwand eines Roadtrips ab. Habt ihr jemals was eiskalteres gehört als das? Auf dem Weg nach New Ork City haben sie dann aber fast einen Unfall und ein bisschen Magic bekommen wir dann doch zum ersten Mal zu sehen. Mit Hilfe seines magischen Staubs lässt Loyal einen Autoreifen aufblasen. Ehrlich gesagt, echt praktisch, wenn ihr mich fragt. Dann machen sie halt und Barl muss unbedingt was mampfen. Und weil er so clever ist, nimmt er den Zauberstab seines Bruders mit ins Lokal und dort wird er ihm dann von anderen Orks geklaut. Ich seh schon, the mind of a genius. Dann versucht er einen Zauberspruch zu bringen und schafft es irgendwie, seine Geldbörse aus einem Stück Metall rauszuholen. Sowohl meine Augen als auch mein Gehirn wissen nicht viel mit dieser Szene anzufangen, aber die Orks feiern ihn dafür. Barl dreht dann den Spieß um und haut mit den anderen Orks ab nach New York City mit dem Staub im Gepäck und lässt the Old hinter sich. Eine herzenserwärmende Brüderschaft führen die beiden da. In New York City chillt Barl dann mit den anderen Orks und die wollen die Chance nutzen und seine Zauberkräfte für sich selbst gebrauchen. Sie wollen nämlich, dass er bei der Hälften des Edelsteins zeigt, welcher zu Beginn der Geschichtsstunde zerteilt wurde. Während Barl mit seinen neuen Freunden anscheinend sämtliche Läden in New York City überfällt, läuft Loi durch die Stadt und versucht ihn zu finden. Ob er aber so viel cleverer als sein Bruder ist, darf auch gerne mal in Frage gestellt werden. Mitten in der Stadt treffen die beiden Brüder dann mega random aufeinander und wollen dann wieder zurück nach Hause, nach Elfdale. Das gefällt den anderen Orks aber gar nicht und dann will Loi einen krassen Zauberspruch bringen und nach gefühlt 24 Stunden fällt dem Boy erst auf, dass er seinen Zauberstab nicht dabei hat. Welcher der beiden Brüder also der Idiot ist, ist wirklich nicht mehr ganz klar. Beide werden dann erstmal gefesselt und Barl wird gezwungen den Orks aufzuschreiben, wie er vorhin durchs Metall gefasst hat. Damit die Orks die erste Hälfte des Edelsteins stehlen können, der sich in der historischen Statue in New York City befindet. Und genau das tun sie auch. Der Orkanführer wird dann erstmal mega riesig wie zu Beginn des Films und will dann eine Armee bauen. Um die andere Hälfte des Steins aus der Statue in Elfdale zu entnehmen. Die Brüder befreien sich, um die anderen Orks aufzuhalten, aber das scheint alles nicht so ganz einfach zu sein, denn der neue Super Ork hat echt viel Power. Und zwar so viel Power, dass er die Orks und sogar Barl irgendwie zu Zombies oder so macht. Der Super Ork macht sich daraufhin auf den Weg nach Elfdale und hat seine Armee dabei. Aber warte mal, das sind doch maximal 15 andere Orks in normaler Größe. Und damit will er in den Krieg ziehen. Bin ich mal gespannt. Die Brüder und deren Verbündete sind aber schon vorher an der Statue und nehmen den Stein an sich. Mittendrin fällt dann plötzlich Lloyd ein, dass er in 5 Minuten seine Graduation ist. Und er hält dann einfach mal seine Rede, bis dann der Super Ork mit seiner Armee die Graduation crasht. Achso, und dann hätte ich fast vergessen, der prominenteste Moment. Wir hören einfach mal Tom Greens Stimme. Lloyd Lightspinner! Genau, diesen Moment hätten wir dann jetzt auch durch. Weiter im Text. Also die Orks stürmen jetzt die Graduation, weil das natürlich der Plan war. Okay, zugegeben, der Stein war nicht mehr an der Stelle, wo er eigentlich sein sollte. Daher kann ich voll nachvollziehen, wenn man sagt, hey, wir haben den Stein leider nicht bekommen, aber dann lass wenigstens diese Graduation-Feier stürmen. Spezifisch. Der Plan geht aber auf, weil die Orks dort die zweite Hälfte des Steins bekommen und der Super Ork und seine Armee werden noch größer. Nur komischerweise Borrow nicht, der vorhin auch zu einem Zombie geworden ist, aber aus unerklärlichem Grund ist er diesmal nicht betroffen. Und genau dieser Borrow rettet jetzt den Tag. Weil er hatte ja noch einen Prank installiert. Der führt dazu, dass grüner Schleim auf den Super Ork fließt und Lloyd kann diesen dann mit einem Zauberspruch versteinern. Random irgendwie und vor allem, weil dann der Stein aus der Hand des Super Orks fällt und in tausend Splitter zerspringt. Scheinbar geht dieser uralte magische Stein extrem einfach kaputt. Aber daraufhin verliert der Zauber natürlich seine Wirkung und alle Orks werden wieder normal. Dann werden die Brüder und das Ork-Mädchen gefeiert und es werden aus ihnen Statuen gemacht. Als Fazit lässt sich sagen, dieser Film fühlt sich nicht wirklich an wie einer, sondern eher wie eine Folge einer schlechten alten Serie auf Super RTL. Im Verlauf des Films gab es nicht wirklich einen Moment, wo Spannung aufgebaut wurde. Also selbst, wenn in Anführungsstrichen etwas Großes passiert ist, hat alles irgendwie trotzdem diesen dumpfbacken Charakter. Daher lasst logischerweise die Finger von dem Film und schaut euch stattdessen wirklich mal Onward an. Der hat ja dieses Jahr aufgrund von der Corona-Krise nicht ganz die Aufmerksamkeit erhalten, die er eigentlich kriegen sollte. Heißt, falls ihr nach einem guten animierten Film sucht, dann können wir den wärmstens empfehlen. Onward, versteht sich. Nicht Homeward. Bitte nicht. Leute, Harry Potter und Fantastische Tierwesen ist von gestern. Von heute ist Chris Rable. Das wissen nur die Insider, aber dafür sind wir hier, um euch das zu insiden. Ja, von drinnen nach draußen. Von drinnen nach draußen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox oder ihr klickt hier. Oder ihr blickt und werft auf Podcast die Folge. Oder? Hier ist ein Clip. Ich glaube, ich greife lieber meine eigene Haut an, als die Nasen der anderen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, haut der Riesen Piesen.